So, jetzt küsst er einfach, obwohl ich ihm gar keinen Kuss gegeben habe. So, und jetzt könnt ihr sie quasi anmachen und könnt ihn halt... Hallo, ihr Lieben, so, wir gucken uns heute... Die Offenschaukel an. Genau, wir sind nämlich wieder im Spielzeugladen und unsere Haustiere brauchen nämlich ein bisschen Beschäftigung. Luna ist auch dabei und wir haben heute meinen Mann dabei, der muss heute auch mal mit aufs Video. So, aber was machen wir aber, bevor wir loslegen, was sollen die Zuschauer machen? Darmen hoch, Glocke an, damit ihr nichts vergesst. Abonnieren. Genau. Wenn ihr alles gemacht habt, dann soll ich hier reinmachen. Vielleicht ein Äffchen? Ja, ein Äffchen einfach. Genau, schreibt ein Äffchen in die Kommentare oder packt ein kleines Äffchen rein. Bis gleich. Wir sind schon hier wieder im Spielzeugland und ihr seht, hier ist da wieder das Allmord. Die sitzt schon wieder drauf. Willst du es mal testen? Okay, dann probieren wir das gleich mal aus und dann gucken wir uns gleich die Affenschaukel an. So, und zwar wollten wir ja für die Fingerlings Beschäftigung suchen und ihr seht, hier gibt es so Klettergerüste. Einmal das hier mit so einem Klettergerüst, da sind dann auch kleine Äffchen wieder bei. Und dann schau mal, da gibt es Kulala. Genau, gucken wir es dir auch noch an. Und hier gibt es sogar eine Wippe. Allerdings ist die Wippe echt teuer, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir eher eins von diesen beiden halt nehmen werden. So, und hier wollte Avelina nochmal zeigen, hier gibt es sogar auch einen Koala. Das hatten wir euch ja schon gezeigt, dass es so viele verschiedene halt gibt. Seht ihr ganz viele. Hier gibt es ein Einhorn. Ja, ich glaube, der gehört da nicht zu der Serie, zu den Fingerlings. Aber hier gibt es echt coole Sachen. So, für was wir uns entscheiden, zeigen wir euch gleich. Wir gucken uns das jetzt mal genauer. Wir haben hier eine Äffchen, aber ich hatte ja einen Drachen, aber jetzt habe ich ein Äffchen, das sieht richtig schön aus. Genau, und damit den Äffchen auch nicht langweilig wird, hat der Ralfi, haben wir ein Klettergerüst ausgesucht. Da kann man tatsächlich die Äffchen, warte, nimm mal einmal eben weg, dass man es sehen kann. Super. Da kann man die Äffchen reinsetzen, man kann hier oben die insetzen, kann die über Kopf da einfach ranhängen. Und dann können die da drin schlafen, weil ihr habt ja schon mitbekommen, dass die Äffchen auch Schlafmodus haben. Genau, da sieht man es nochmal. Total super. Packen wir gleich zu Hause aus und das werden wir euch auch nochmal zeigen. Ja, ich freue mich. Ja, bis dahin. Hallo. Also, wir waren ja eben im Spielzeugladen und haben ja was Neues gekauft. Und unsere beiden hier sind schon ganz alt. Also, meiner schläft. Hallo. Leila. Der will gerade nichts machen. Leila, nein, 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 nein. So, und wir haben jetzt ja diese tollen Sachen gekauft und wir wollen jetzt mal auspacken und mit euch mal gucken, wie das so aussieht. Aber, Dina, willst du als erstes das Effchen auspacken? Und du, was? Ich glaube, wir machen die beiden mal in Leise, damit man hier auch was hören kann. Äh, ausmaßen. Genau, wir haben jetzt eine kleine Affenfarbe quasi. So, das ist erst mal zeigen wir euch das. Das ist Candy. Sie heißt also Candy. Könnt ihr natürlich auch eigenen Namen geben? Ich wollte euch das zeigen, dass sie eigentlich... Achso, der ist fest, deswegen geht es schon mal nicht ab. Also, ihr seht hier, um den Hals hat das arme kleine Dingelchen so ein Plastikding. Und, äh... Das muss man aufbauen, dass das nicht dann so Puff drauf ist. Also, das muss man, wenn es hier drin ist. Und das man, das man, das man so nimmt, dann so. Und dann würden wir das gerade kaufen, dass das dann so ist. Und dann, dann fällt das so hin. Schau, wenn man das dann so kauft. Und dann ist es dann hin und zurück. Nimm mal Candy in Betrieb, Schatzi. Ich packe schon mal langsam um das Viertelgros aus. Ja, und ich will euch mal was teilen. Und wo kann ich so ein bisschen ranhängen? Was denn? Ich muss den zwei mal klatschen und dann... Okay, warte, ich halte sie. Wir machen sie mal an. Ich halte sie. Hier, du kannst sie bei mir ranhängen, an meinen Finger. Und dann kannst du... Kannst du ja knatschen, glaube ich. Okay. Okay. Das macht eigentlich gar nichts. Oh, das habe ich mir nicht an. Ach so. Oh. Und das Tolle ist auch, sie können, glaube ich, auch Küche geben, oder? Die Nasen miteinander. So, hier kommt jetzt noch... Ist gut, Schatzi. So. Hier seht ihr wieder, dass hier... Hier ist immer alles festgebunden. Also, man muss sie immer erst abschneiden. Hier ist auch mal irgendwo... Ist hier noch was festgebunden. Da unten. Doch, am Hals. Ich sehe es. Oh Gott. Oh nein, du armer Kleiner. So. Hier haben wir das nächste Esschen. Sie, oder er, heißt Liv. Komm her. Du musst erst mal wach werden, glaube ich. Warte, warte. Warte. Also, was besser klappt, ist, wenn man sie über den Finger hält. Geh gerne an. Du, dass ich einen Topf runter habe. Warte. Warte. Was ist denn hier immer, Liv? Warte. Wir müssen auch in der ersten Linie diese Bedienungserleitung. Warte, warte. Ich helfe dir mal. Boah, ich kann schon ein Handstück hier machen. Wow. Warte, warte, warte. Wow. So haben wir schon mal... Okay, das muss man ja zusammenbauen. ...Hierzeugplatte. So muss man hier alles zusammenbauen. Brauchen wir den Kratzen. Wir legen mal unsere ganzen Öffchen vorne hin. Also, das sind alles die Zusammenteile. Das ist geil, wie man das machen soll. Ich dachte... So, also, ihr seht, wir haben alle einzelnen Teile. Ich glaube, das wäre ein echt großes Kletter. Genau, und hier ist eine Bedienungsanleitung bei. Ich höre mir alle aus. Genau, wir wachen sie mal aus, damit sie mal kurz schlafen können. Jetzt gucken wir mal, ob es hier auch eine deutsche Anleitung gibt. Meistens... Also, ihr seht, hier ist alles Mögliche an Sprachen bei. Also, hier haben wir zum Beispiel Englisch und... Französisch. Genau, und warte. Und das hier... Ich deutsch. Hier ist eine deutsche Anleitung. So. Wie funktioniert das? Bitte folgen, das bei der Betriebnahme von Fingerlings beachten. Okay, das wissen wir. Also, wie die Fingerlinge angehen und so, das kennen wir ja schon. Ja. Das heißt, wir gucken uns jetzt an, wie man... Ah, total toll, guckt euch das mal an. Das haben wir uns nämlich selber zusammensuchen müssen, weil das leider in der Packungseinheit für mich drin ist. Und zwar kann man hier genau sehen, was die alles können. Das ist ja toll. Wir haben uns das nämlich tatsächlich aus einem anderen YouTube-Video von einem anderen Kanal rausgesucht. Das werde ich übrigens auch nochmal verlinken bei uns unten, wo wir uns das angeschaut haben als kleines Dankeschön. Weil tatsächlich das für uns gar nicht so einfach daraus zu finden, wer was kann von diesen ganzen Äffchen. Also. So. Also, ich zeige es euch noch einmal kurz. Vielleicht wollen wir das noch einmal mit dem neuen Äffchen mal einmal zeigen, was was kann. Gib den Äffchen einen Luftkuss. Einmal an den Finger. Also, einig soll sie jetzt küssen. Kacke. Okay, sie lacht uns einfach nur aus. Ja. Genau, dieses Klatschen ist nur herumhalber. Hört. Genau. Tippe dein Äffchen auf den Kopf, allerdings wichtig. Kacke, ich mache das. Nee, das muss so. Und zwar steht das extra mit beiden Händen zwischen. Mast du, jetzt habe ich den ausgemacht. Entschuldigung. Und es wird lustig reagieren. Also, der macht, äh, äh. So, lass den Äffchen über Kopf hängen, welchen Quatsch er macht. Also, er hat eingeschlafen. Ich will doch mal, ich kann wieder gleich zusammen. und streiche in den Kopf. Das findet er ganz toll. Machen wir sofort. Warte, ich will nur ihm einmal noch alles kurz zeigen. Drücke und halte die beiden Sensionen zwei Sekunden. Jetzt hat er gepupst. Und? Warte, warte, warte. Äffchen? Genau. Äffchen? Nicht so doll. Ich weiß nicht, der hat das gemacht. Vielleicht machen wir auch nicht alle Äffchen dasselbe. Ist auch die Frage. Wenn du den so hältst. Also, gestern hat er das gemacht bei unserem anderen Video. Da hat er gerülpst. Jetzt will er nicht. Macht nichts. Okay. Liege dein Äffchen, und das kennt ihr auch, und dann eingeschlafen und schnarcht. Macht auch die Augen zu. Also, das können die Äffchen. Und jetzt wollen wir mal einmal das Klettergerüst zusammenbauen. Ich dachte, schön, Franzi. So, also, wir packen erstmal alles schnell aus. Genau, einmal die ganzen. Ich packe mal die kleinen Waffen aus. Genau, sehr gut. Das sind ungefähr die kleinsten, denn ihr, kleine Schwestern, habt uns gerade dabei, weil ihr das ausgefangen habt, bedaucht, dass ihr hier von nichts verloren seht. Also, Averdina hat ja auch eine kleine Schwestern, aber die ist nicht so eine, die alles mit sich in den Mund nimmt. Das hat sie eben nie gemacht. Aber es gibt ja manchmal Kinder, die wollen alles in den Mund nehmen, verschlucken da schnell. Und da muss man mit so kleinen Teilen natürlich auch packen. Das ist zum Beispiel mit dieser Fahne. Genau, sowas. Oder mit denen natürlich gut ist. So, das hier ist der Untergrund des Spielplatzes, was ich hier in der Hand mache. Ja, das ist der, das sieht ja echt schon groß aus. Oh. Das geht dann schon schwer, ne? Ja. Das hier, was soll das hier sein? Das ist, glaube ich, von oben drüber, sozusagen das Dach. Hatte ich nicht so speziell, dass sie da auch sind. Hier sehe ich mir das nochmal an. So, also, was man als erstes machen soll, man nimmt diese kleine Schaukel. Hier sieht das ungefähr fertig aus. Diese Schaukel, das ist ein Sins. Und da kommen diese Ringe rein, weil man damit quasi, warte Schatz, schaukelt. Genau. Vorsichtig, dass das nicht abricht. Ich sage, mir ein bisschen Gefühl reinmachen. Wenn es nicht geht, sag Bescheid, dann helfe ich dir. Pass auf, das darf nicht abbrechen. Okay, bitte. Ja, das geht nicht so einfach, ne? Vielleicht macht ihr das mit mir Raxeln zusammen. Das könnte man, ähm, das kommt hier oben drüber. Nee, ja, warte, warte, warte. Wir machen mal eben alles zusammen, so wie es hier steht. Also, in der Anleitung steht, dass man diese Seiten nennt. Die kommt hier rein. Ja, ich hatte schon mal den Sitz hier reingebaut. Sehr gut, das hast du toll gemacht. Jetzt kommt dieses hier rüber. Und zwar seht ihr hier so kleine, diese Reinklicker-Dinger. Und die werden irgendwie hier reingesetzt. Ich muss mal eben kurz gucken, wie? Ja, diese, das liegt. Ah, die werden so nach innen reingesetzt. Wow, das ist echt ein großes Kleid, also muss ich verstehen. Das ist übelst, ne? Ja, ich dachte, es wäre so groß, dass es noch ein bisschen rumgespielt. So, und hier auch, so nach innen kommen die, die passen da genau rein. So, fertig. Und wo kommt jetzt das hier rein? Warte, warte, warte. So weit drehen wird gar nicht. Ach, die kommt hier ran. Ja. Dann nehmen wir unser F hier weg. Genau, dann beide haken möglichst in die selbe Richtung. Und dann haben wir ja noch zwei Fahnen. Und diese Fahnen, die kann man einfach raufsetzen, wo man möchte. Die kann man auch... Gehen die schwer. Wo wollen wir die andere Fahne? Wo willst du die andere Fahne hinhaben? Ähm... Ja. Oder da, oder da. Hier. So, und jetzt nehmen wir mal unsere Äffchen und unseren Drachen in Betrieb. Oh, das ist hier auf der anderen Seite, das ist nicht ganz richtig. Ah, da hast du recht, das ist nicht wirklich eingereistet. Er ist eingeschlafen. Also wir haben irgendwie sehr schläfliche Äffchen. Bei uns schlafen wir alle Äffchen einfach ein. Ich verstehe das gar nicht. Ah, das ist ja auch. So, also das Ganze gehört so rum. Jetzt müssen wir die noch irgendwie kurz... Kommt eigentlich noch mehr dazu? Andersrum machen. Kannst du noch nochmal was dazu? Ach so, sorry. Ich wollte das eigentlich genau andersrum machen. Ich wollte euch die so zeigen. So, weil jetzt könnt ihr ja nicht richtig cool, die, die Lust haben, hier ranhängen. Oder... Und hier ist ein Riff. Ihr könnt... Warte, dreh das mal bitte. Ihr könnt die Äffchen... Ich habe ja eine ganze Affenstorn, Warte, soll ich mal nicht, ich hab's hier... Schatz, warte doch mal bitte. Soll ich dir vielleicht helfen? Soll ich dir vielleicht helfen? Nee, ich muss das jetzt gern selber schaffen. Das kann nicht dahin, denn das klappen soll. Jetzt küsst der einfach, obwohl ich ihm gar keinen Kuss gegeben habe. So, und jetzt könnt ihr sie quasi anmachen und könnt ihn halt... Weil er fällt vorne leider ein bisschen runter. Ich dachte, man muss vielleicht die Öhrchen am besten hier hintermachen. Also die Öhrchen hier hinter, die Öhrchen hier so hinter, dann hält der aber auch, dass der auch gerade ist. Und dann könnt ihr die immer... Warte, ich klasse. Warte, ich klasse. So, und dann könnt ihr diese hier, das dann hier nicht auftreten. Ihr könnt natürlich auch hier in die Mitte reinhängen, weil dann könnt ihr den, wenn ihr wollt, auch Anschwung geben ein bisschen. Und das ist unser Klettergerüst. Also am besten hängt man sie, glaube ich, hier aus, wenn man da, wo die Schaukel nicht ist. Wenn da keiner schaukelt gerade, dann kann man ja nicht, kann man den Anschwung geben, dann haben sie auch Spaß. Ja, und so sieht unser Klettergerüst aus. Genau, also wir sind begeistert davon, oder? Ja. Okay, das wollten wir euch noch einmal zeigen. Also wir werden jetzt noch ein bisschen mit unserem Äffchen hier spielen. Wir haben ja quasi eine Äffchen- und Drachenfarm hier jetzt. Ne, Abadina? Genau, man kann sie da in jeder Variante ranhängen. Ja, aber das geht tatsächlich ganz schwer. Ja, pass auf, sonst nicht, dass es abricht, das ist ziemlich dünn hier. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Genau, also man kann sie in allen Richtungen überall ranhängen, ranbasteln, wie auch immer. Warte, ich mach das mal so. Und denkt dran, wenn ihr euch nicht mehr um sie kümmert, dann werdet ihr irgendwann merken, dass sie irgendwann machen und wollen wieder eure Aufmerksamkeit haben. Wenn ihr keinen Lust mehr habt, macht ihr sie einfach mal eben kurz aus, das ist auch in Ordnung. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir spielen noch ein bisschen weiter. Und falls ihr auch weitere Äffchen zu Hause habt, wünschen wir euch viel Spaß damit, oder? Okay, Abadina ist beschäftigt. Tschüss. Peace. Peace. Peace.